Zum Thema Weihnachtsgans haben wir schon ganz viele Videos, die findet ihr alle auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir eine Weihnachtsgans zerlegen, und zwar in die beiden Keulen und in die beiden Brüste, damit auch Haushalte mit nur einer oder zwei Personen sich über eine frische Weihnachtsgans freuen können. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Unser Hauptdarsteller ist heute eine bäuerliche Gans, und ihr seht, dieses Riesenexemplar, frisch von unseren Bauern gekauft. Und innen drin haben wir natürlich noch die Innereien, da ist die Gänseleber, die ist ganz hervorragend, und das Gänseklein, bestehend aus Magen und Herz. Die Innereien, die packen wir aber erstmal an die Seite, die kann man auch einzeln einfrieren, so dass man erstmal sammeln kann und dann hat man wieder ein eigenständiges Gericht, das zeigen wir euch später. Wir kümmern uns heute um die einzelnen Teile der Gans. Wir haben hier einmal die Flügel natürlich und wir haben die Keulen, und was wir auch haben, wir haben hier drin jede Menge Gänseschmalz. Schaut euch das mal an. Also das ist das beste Fett von der Gans selber hier, das können wir schon mal so ein bisschen rausnehmen. Schaut mal, wie viel das ist. Und dieses Gänseschmalz, das können wir nachher wunderbar gebrauchen, wenn wir unsere Gänsekeulen ansetzen. Schaut mal, die Hände sind gleich richtig schön fettig. So muss es sein. Mein Vorschlag ist, wir fangen mit der Gänsebrust mal an. Und das Wichtigste ist hier, hier in der Mitte ist praktisch das Brustbein zu fühlen, und man ahnt es auch an dieser Stelle. Und da gehen wir jetzt mal mit einem scharfen Messer herein und lösen das, und zwar links und rechts von diesem Brustbein lösen wir das Fleisch. Und jetzt muss der Brustknochen unserer Gans uns den Weg zeigen. Das heißt, wir schneiden wirklich nur mit dem vorderen Teil des Messers. Wir tasten uns immer am Knochen lang. Also viele, viele kleine Schnitte. Und ihr seht, der Knochen führt uns das Messer. Wir gehen immer am Knochen entlang. Und jetzt kommen wir an eine kleine Problemstelle. Und zwar, ihr kennt das bestimmt alle, hier ist dieser Wünschelknochen. Wenn man das hier so bewegt, das werdet ihr auch spüren. Hier sitzt dieser Knochen. Der läuft auf beiden Seiten. Und da gehen wir praktisch so mit dem Messer hinter diesen kleinen Knochen. Wenn ich den ausgelöst habe, wird man das besser sehen. Wir können das hier auch einmal öffnen. Und jetzt kann man ihn schon richtig erahnen. Das ist dieser Wünschelknochen. Den haben wir jetzt hier einmal geöffnet. Und jetzt weiter immer an der Karkasse längs. So. Jetzt können wir das hier schon so ein bisschen öffnen, weil wir können erkennen, dass hier praktisch die Brust, das Fleisch endet. Schaut mal, das geht von ganz alleine. Immer daran längs. Und jetzt haben wir ja hier die Brust ausgelöst. Und an der Brust, das kann man hier gut erkennen, hängt ja der Flügel noch dran. Das heißt, wir legen jetzt die Gans ein bisschen auf die Seite. Und hier an dieser Stelle, da, da sitzt praktisch der Flügelknochen im Gelenk. Die Stelle suchen wir uns jetzt. Da kommt das jetzt. Das kann man gut erahnen. Und da gehen wir mit dem Messer einmal dazwischen. Und da braucht man nicht großartig hacken. Wir können das einfach so öffnen. Schaut mal. Und schon haben wir jetzt hier praktisch die Gänsebrust samt Flügel. Ganz einfach ausgelöst. Das machen wir auf der anderen Seite ganz genauso. Viele kleine Schnitte. Hier können wir das einmal so ein bisschen trennen. Noch einmal, der Knochen soll uns den Weg zeigen. Denn sobald wir ins Fleisch hineinschneiden, machen wir einen großen Fehler. Hier können wir es jetzt öffnen. Da kommt nur noch Fett. Hier haben wir wieder unseren Wülschelknochen. Schaut mal, jetzt haben wir hier schon wieder die Brust schon fast raus. Und hier ist wieder das Gelenk von unserem Flügelknochen. Wir suchen uns die Stelle. Da ist der Knochen. Da brauchen wir nur einmal ganz leicht mit dem Messer so einmal reingehen. Den Weg suchen zwischen den Gelenken. Und so haben wir auch mit wenigen Schnitten auch die zweite Brust mit Flügel von der Karkasse gelöst. So, schaut mal. Das ist dieser Wülschelknochen. Und das ist meistens das Problem, wenn der hier so sitzt und wir haben eine ganze Weihnachtsgans, die wir frisch aus dem Ofen herausholen. Wenn ihr dann trangieren wollt, dann stoßt ihr immer gegen diesen Knochen. Deswegen bei einer ganzen Weihnachtsgans jetzt auch noch mal der Tipp, nur diesen Knochen herausnehmen. Dann könnt ihr nämlich später, wenn sie im Ganzen aus dem Ofen kommt, das Ganze wunderbar trangieren, ohne dass dieser Knochen euch hier an dieser Stelle stört. So, jetzt wollen wir noch die Gänsekeulen von dem Knochen trennen. Und da ist es so, wir haben hier eine Tasche. Wenn wir das hier öffnen, seht ihr, da ist auch, ich schneide hier auch nicht durch Fleisch. Das öffnet sich praktisch an dieser Stelle von ganz alleine. Hier durchs Fettschneiden, überhaupt kein Problem. Aber hier an diesen Stellen, da ist nur so eine kleine Haut. Carmen, kannst du das einfangen? Ja, das sieht man. Okay, und die kratze ich nur an, immer weiter, also auch hier wieder immer weiter am Knochen längs, nicht in die Keule schneiden. Und jetzt passiert folgendes, wir kommen auch hier an das Gelenk heran. Und zwar da, wo praktisch der Oberschenkel in der Karkasse mündet. Da kann man ihn schon so ein bisschen erkennen. Wir müssen das jetzt überdehnen. Hast du das gehört? Ja. So, es knackt so ein bisschen, wenn die Kugel hier aus der Pfanne rausspringt. Und da gehen wir jetzt wieder da durch und öffnen auch an dieser Stelle die Gänsekeule. Das ist die Gänsekeule, völlig unverletzt. Hier ist das Gelenk, hier geht der Oberschenkel, hier der Unterschenkel. Gänsekeule, ganz schnell und sehr, sehr zärtlich ausgelöst. Das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite nochmal. Auch hier wieder nur das Fett ein bisschen öffnen, diese Tasche suchen. Da kann man auch mit den Fingern so ein bisschen mithelfen. Da ist es, ich wiederhole mich da gerne, sehr, sehr wichtig, dass wir nicht ins Fleisch reinschneiden, sondern dass wir einfach diese kleine Haut hier suchen. Das Fett durchschneiden ist immer erlaubt, das geht auch gar nicht anders. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach nochmal fühlen. Und dann immer, auch das wiederhole ich mich gerne, nur mit der Vorderseite der Klinge ein bisschen arbeiten. Hier können wir es auch nochmal ein bisschen öffnen, bis wir an die Stelle kommen. Jetzt kommt wieder dieses Überdehnen und da kommt die Kugel heraus. Da ist das gut zu erkennen. Das heißt, wir haben jetzt das Gelenk schon geöffnet und wir brauchen jetzt nur noch an dem Oberschenkelknochen einmal vorbei und alles auszulösen. Gänsekeule Nummer zwei. So, was wir jetzt noch haben, ist praktisch der ganze Knochen und noch Teile von der Haut. Schaut mal, das können wir einfach so wegschneiden. Das ist praktisch der Hautlappen vom Hals. Hier ist noch von der Brust die Haut. Die können wir auch einfach so herunterschneiden, weil da ist natürlich so viel Fett drin, Gänseschmalz. Und das können wir gut gebrauchen, unter anderem für unsere Gänsekeulen, die wir gleich zubereiten wollen. Deswegen das bitte nicht wegtun. Das können wir extra zubereiten. Und so haben wir praktisch den gesamten Knochen von der Gans ausgelöst. Wir haben natürlich noch den Hals. Die anderen Innereien hatte ich schon rausgeholt und der Hals steckt hier auch meistens noch mit in der Karkasse. Und den, den hacken wir auch in Stücke und benutzen ihn mit für unsere Soße. Genauso wie diesen großen Knochen. Und wie wir aus Gänseknochen eine wunderbare Gänsesoße herstellen, zeigen wir euch in dem nächsten Video. In den nächsten Tagen werden wir das da oben einblenden. Wir machen jetzt einen Film nach dem anderen. Einmal heute das Zerlegen. Der nächste Film wird die braune Soße sein. Und dann noch die Rezepte zur Gänsebrust und zur Gänsekeule. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir wollen das jetzt noch einmal sortieren. Wir haben also hier den Gänseknochen für die Soße. Hier haben wir unser Gänsefett für unser Gänseschmalz. Und dann haben wir ja diese beiden Keulen. Und was wir jetzt hier auch schon wunderbar erkennen können, dass hier unglaublich viel Fett noch dran ist. Deswegen traue ich mich, ich nehme ein bisschen was weg, weil das passt nämlich hier wunderbar mit hin. Das können wir auslassen. Können wir das noch ein bisschen nachschneiden. Wichtig ist nur, bitte nicht ins Fleisch hinein. Gänsekeule Nummer 1 ist fertig. Bei der zweiten Gänsekeule machen wir das ganz genauso. Aufpassen, nicht ins Fleisch hineinschneiden, sondern nur das Fett ein bisschen trimmen. Schaut mal, einfach ein bisschen kleiner machen, weil das Gänseschmalz benutzen wir ja gleich extern. Schaut mal. Und so haben wir doch wirklich schon zwei wunderbare Gänsekeulen. Bei einer Gänsebrust ist das ja so, was mich jetzt hier noch stört, ist dieser lange, große Knochen. Da ist auch nicht furchtbar viel dran. Ich möchte gerne eine kräftige Soße haben. Deswegen löse ich jetzt diese Flügelknochen ebenfalls aus, zerhacke sie mir und gebe sie mit meiner Soße. Da habe ich alle Kraft, die ich haben möchte. Um den Flügelknochen wiederum von der Brust zu trennen, suche ich mir einfach den Knochen, hier ist das Gelenk, und gehe so dicht wie möglich einmal dran vorbei. Da braucht man kein großes Werkzeug, schaut mal. Und schon habe ich diesen Flügelknochen auch gelöst. Und auch hier nehme ich noch ein bisschen Fett runter. Auch die trimme ich mir so, wie ich sie gerne haben möchte. Einfach so ein bisschen putzen. Schaut mal, das geht wirklich alles ganz, ganz schnell. Das machen wir natürlich. Und schaut euch das an, was wir hier an Fett bekommen. Das ist wirklich unglaublich. Und sollten hier noch Federkiele drin sein, müssen wir das natürlich super schön sauber machen. Aber es sieht doch jetzt schon toll aus. Und schaut, wie voll fleischig sie ist. Das Gleiche machen wir natürlich mit der zweiten Gänsebrust ganz genauso. Wir suchen uns wieder den Knochen. Ganz dicht am Knochen vorbei. Bloß nicht in die Brust hineinschneiden. Schaut mal, da ist er. Und auch hier das überschüssige Fett ein bisschen herunternehmen. Nicht zu viel. Und schon haben wir hier auch zwei wunderbare Gänsebrüste, zwei Gänsekeulen. Und das ist doch etwas Wunderschönes. Das kann sich auch ein Ein-Personen-Haushalt wunderbar vorbereiten. Weil diese Gänsekeulen, die kann man ganz prima einfrieren. Da passiert überhaupt nichts. Man kann unterschiedliche Gerichte aus der Gänsebrust machen. Also, da lohnt es sich auch, sich einmal die Mühe zu machen und eine gute Gans selber zu zerlegen. Ich hoffe sehr, dass ihr mit dieser kleinen Zerlegetechnik eurer Weihnachtsgans ein bisschen Spaß hattet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachschneiden. Und weitere Filme, wie gesagt, zum Thema Soße, Gänsebrust und Gänsekeule folgen auf diesem Kanal. Bis dahin, wir haben euch lieb. Auf Wiedersehen und Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020